Uh, Blutstein, Topaz. Ich habe hier gerade einen Stein zu hauen und habe ganz seltene Sachen bekommen. Ich kämpfe immer noch gegen die Pandamäuse. So wie es in der letzten Folge aufgehört hat, geht es quasi jetzt weiter. Und hier mit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, My Time at Poshua. Ich laufe hier gerade so ein bisschen in Amok. Ich weiß nicht, ich zerheue gerade alles. Ich habe gerade recht seltene Sachen gefunden. Das hat mich jetzt ein bisschen angefixt, aber okay. Ähm, ja, das Kampfturnier läuft immer noch. Ich ignoriere das aber gerade irgendwie gekonnt, weil ich mich irgendwie nur um meins kümmere. Aber es ist okay und hier ist eine Pandamaus, die ich jetzt töten werde. Yay, Störpandamaus. Hm, schauen wir mal. Vielleicht können wir das auch gut verkaufen oder so. Ich habe keine Ahnung. Großflügel. Die Erfahrung ist irgendwie auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Schauen wir einfach mal, wie viele Erfahrungspunkte ich bis zum nächsten Level abbrauche. Level 30 bin ich aber noch lange nicht. Schauen wir gleich mal. Stirb, Pandamaus. Stirb. So, ich gucke mal. Ich kann das doch hier irgendwo einsehen, oder? Gesundheit. Erfahrung. Ja, ich habe schon wieder quasi fast ein Viertel bis Drittel Level hier gemacht. Nice. Ich trinke mal ganz kurz wieder einen Schluck. Das waren ein paar Schlücke mehr. So glänzend. Ein seltenes Mineral. Sehr hart. Gut zum Herstellen von Werkzeugen. Noch gleich zweimal Topaz. Ein leuchtend gelber Edelstein. Bringt einen guten Preis. Das ist vielleicht noch zum Verkauf. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Aufsammeln. Kräuter. Faserpflanzen. Jetzt auch nicht so spannend. Ich glaube, ich hatte random irgendwo hin. Ich darf nicht vergessen, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen darf. Oh je, meine. Vielleicht finde ich noch mal ein paar Edelsteine. Aber ich glaube, die sind echt super selten. Da hatte ich einfach mal super Glück gehabt. Einfach mal hier auf alles eingetroschen. Eigentlich habe ich dann nur auf die Pandamäuse abgesehen. Aber irgendwie kamen da ein paar Edelsteine noch mit raus. Ich denke mal, später werde ich ohnehin ganz viele davon finden. Hm. Und ich finde die auch ganz gut Marmor. Das sollte ich mir mal so ein bisschen beibehalten. So. Okay. Ich weiß gerade nicht. Komm, wir gehen wieder zurück. Ich muss ja nicht übertreiben hier. Huiuiui. Hm, morgen ist dann Sonntag. Und ich denke mal. Ich weiß nicht. Ob sich das dann mit diesen beiden Trickbetrügern dann so ein bisschen auflöst morgen. Ich soll bis zum Wochenende warten. Heute ging es vermutlich nicht, weil das Kampfkunstturnier war. Ich weiß es nicht. Wir kämpfen da gerade gegeneinander. Mhm. Ah. Kampfkunstturnier ist, glaube ich, auch schon fast vorbei. Leider nicht sie gewonnen. Alle klatschen. Junge her, von und zu. Oh. Hallo, Sam. Mit dir habe ich auch noch gar nicht gesprochen. Keine Sorge. Wir haben unsere Patrouillen verstärkt, um unsere Stadt besser schützen zu können. Alles klar. Cool. Danke. So. Glückwunsch. Glückwunsch. Der Hase noch mal an. Nee, Russo hat gewonnen. Russo. Aber hey, ich habe einmal auf Aldo gesetzt. Das heißt, ich bekomme einmal eine Belohnung. Russo, ey. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Geschenke Austausch. Lotuslampe. Hufu, Sam. Ähm. Okay. Dafür brauche ich auch irgendwelche Badges, die ich nicht habe anscheinend. Okay. Schade. Auch so ein bisschen Kleidung, so ein bisschen Rüstung wäre schon ganz nice. Ich weiß es nicht. Ähm. Nee, ich spiele ja, du brauchst nicht zu sehen. Danke. Ähm. Muss ich kurz mit Gel vielleicht reden? Nee. Okay, gut. Egal. Kommt jemand nach Hause? Wir haben genug gesehen. Wir haben genug gelitten. Hä? Was? Ah, okay. Was bringt eigentlich die Marienkäfer? Die habe ich auch noch gar nicht getraut, irgendwie mal anzupacken. Ach ja, was sagt... Ich bin gerade total durch den Wind. Was sagt eigentlich... Ups. Jetzt diese Quest. Ich habe ja jetzt hier gegen Alu, ja, bestanden. Ähm. Mission. Da war es doch. Noch mal zurück. Höhle der Bernsteininsel. Ja. Ähm. Ja, aber ich bin jetzt fertig. Jetzt kann ich anscheinend da hin. Einfach so. Ich weiß gar nicht, wo das war mit der Gefahrenvolle Ruine. Wo war die jetzt? Hier komme ich da noch mal hin. Da muss ich mal besuchen. Und wenn ich was suche, finde ich es ewig nicht. Und wenn ich was ewig nicht finde, bin ich traurig. Das ist so belastend. Oh Mann, okay. Ich kriege das schon irgendwie raus. Ich will das lange Marienkäfer. Stirb Marienkäfer. Huh. 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 Erliebt mich. Käferei. Ich will keine Käfereier. Oh. Ein neuer Herr Marienkäfer. Na gut. Das haben wir ein bisschen weiter ein. Vielleicht finde ich ein paar Rauben. Perfekt. So. Gut. Dann. Ja. Mein Inventar ist auch schon wieder voll. Ganz toll. Kampfkunst. Zu näher Ende. Ja. Spann ich mir denken. Danke. Okay. Dann werde ich jetzt ein bisschen was wieder einlagern müssen. Weil. Ja. Inventar voll ist. Und dann schauen wir mal morgen. Ob ich dann vielleicht. Oh. Ich habe einen Brief. Ich gucke mal. Beim Brief. Bestimmt jetzt die Belohnung. Weil ich einmal auf Alu getippt habe. Und gewonnen. Tipp-Belohnung. Glückwunsch. Ich habe sechs Kampfkünstler und Visato. Und ich habe aber keinen Platz, um das in meinem Inventar zu tun. Toll. Ich muss Platz machen. Oh Mann. Das nervt immer so. Okay. Schauen wir mal. Na los. Lass mich rein. Bitte. Bitte. Danke. 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 So. Gucken wir mal jetzt hier, wo ich alles unterbringe. Was sind jetzt hier mal so die organischen Sachen, die ich eingesammelt habe? Sind trotzdem irgendwie Steine oder sowas hier? Kann ich, habe ich hier irgendwas für Fleisch oder sowas? Ist da Fleisch dabei? Kann ich hier Fleisch reintun? Ich glaube nicht. Doch. Fleisch ist dabei. Ach da. Ich habe es gefunden. Okay. Ähm. Hier. Irgend so komisches Steinzeug. Marmor. Mal ein bisschen rumprobieren. Loswerden. Hm. Boah, ich habe keine Ahnung, ne? Hier dachte ich, was kann ich hier rein? Äh. Waren hier noch Kräuter dabei irgendwie? Ja. Kräuter waren hier auch dabei. Perfekt. Äh. Holz. Kann ich das hier dazu tun? Nein. Schade. Äh. Mit dem Edelstein muss ich auch noch gucken, wo ich die hintue. Hier kann ich Kacka hintun. Bisschen auch das Fell. Ich habe Käfer, ja. Ja. Lecker. Hm. Das hier mit den Käfer-Eiern. Habe ich irgendwo noch Würmer? Oder Schleim? Da ist Schleim. Habe ich irgendwo zufälligerweise noch in irgendeiner Art und Weise Würmer? Würmer, Würmer, Würmer. Nein. Hier habe ich das das letzte Mal alle aufgebraucht. Gut. Na, ich stelle die Würmer mal mit zum Angeln. Das ist, denke ich, mal die beste Entscheidung. So, das kommt hier hin. Und ich weiß gar nicht, wohin mit den Edelsteinen. Ich mache mal ein extra Edelsteindepot. In Anführungszeichen. Ich möchte doch nur... Oh Gott, ey. Wo habe ich denn jetzt die Edelsteine hingetan? Meine Güte. Hallo? Ja. Rein damit. Okay. Puh. Wohin muss ich irgendwas zum Fächern. Mir ist immer noch super warm. Aber Sommer ist echt fies. So. Ob ich die Badges mir jetzt auch noch holen kann, die Belohnung? Soll ich nochmal hochrennen? Also die Kampfabzeichen, ich weiß nicht. Hier, ernten. Kürbissamen. Bambus-Papaya-Samen. Das möchte ich auf jeden Fall behalten, um aufzuteilen. Gegenstand bewegen. So. Runter damit. So. Möchte ich gerne anpflanzen. So. Äh. Ja. Sehen. Perfekt. Dann mach mal. So, ich gucke mal, ob ich noch immer da irgendwie ein paar Badges eintauschen kann. Ich habe zwar nur sechs Stück. Ist jetzt nicht sehr viel. Ja. Müsste eigentlich noch gehen. Na, 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 na. Vielleicht kann ich mir ja endlich mal irgendwas Praktisches holen. Eine Art Rüstung oder sowas. Dafür, dass ich eigentlich kaum was gemacht habe. Ich hätte da eigentlich von Anfang an mal so ein bisschen rumgucken sollen. Ich bin so doof. Und mir ist wieder noch... Oh, mir ist warm. Mann, das sollte verboten werden, diese Hitze. Hm. Okay. So. Schauen wir mal. Ähm. 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 25. Äh. Marktpreis. Kampfkunstlegende. Ähm. Ich habe doch acht Stück. Da kann ich mir das doch kaufen, ne? Ja, eigentlich schon. Ähm. Ja. Das lohnt sich aber alles, glaube ich, nicht so wirklich. Am ehesten hätte ich, glaube ich, wirklich das hier genommen. Weil das halt eben auch anziehbar ist und Rüstung bringt, ne? Lassen wir es. Da hebe ich das für das nächste Mal auf. Machen wir es so. Okay. Dann. Auf nach Hause. Und dann gehen wir schlafen. Und dann gucken wir mal, ob mit diesen Trickbetrügen was Neues rausgekommen ist. Das wäre echt ganz gut. Oh, ganz viel Kacke. Yeah. Ich halte Kacke in der Hand. Das ist ein bisschen verstörend. Aber okay. Hm. So. Ich frage mich nur, wie ich meine Tasche vergrößern kann. Und da müsste ich auch mal nachgucken. Mache ich vermutlich eh nie, weil ich es vergessen werde. Schauen wir mal. Oh, kannst du bitte die Scheiße aus der Hand nehmen? Das ist halt, da kann man ja gar nicht zusehen. Okay. Lalala. Kratz, kratz, kratz. Und ich muss auch morgen und übermorgen gucken, wie ich hier das Zeug ein bisschen aufbessere, damit ich Eisen, Barren, Tun machen kann. Dingens. Ah. Ja. Hi, 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 hi. Ja, ja, ja. Es ist romantisch, bei einer Verabredung die Sterne anzuschauen. Das stimmt. So, okay. Los geht's. Schlafen. Ja. Tag, 14, Monat, 2, Jahr, 1. Nice. Oh Mann. Aufstehen. Los, 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 aufstehen. Ja, Zugangsberechtigung. Verlassene Ruinen 1 ist fast abgelaufen. Ups, vielleicht hätte ich doch lieber in die gehen sollen gestern. Na ja, egal. Äh, passiert. So. Was ist das denn? Das kann ich auch bestimmt essen. Kürpistorte. Warum habe ich die Kürpistorte drin? Die kann ich doch essen. So. Ähm. Ich möchte wieder einsortieren, bitte. Ein paar Würmis. Wurmis. So. Ähm. Ist hier irgendwie weizenmäßig? So. Kräuter eigentlich auch. Tutututututututututum. So. Wo war nochmal der Tierkot? Da. Ich glaube, die Samenpäckchen. Verstaufe ich auch nochmal kurz. Habe ich irgendwo was für Saatgut? Nee, dann mache ich eine Saatgutkiste auf. Habe ich irgendwo noch eine leere Kiste? Habe ich keine leeren Kisten mehr? Ich werde wahnsinnig. Dann wird das die Saatgut Edelsteinkiste. Die gute alte Saatgut Edelsteinkiste. Wer kennt sie nicht? So. Ähm. Ja. Und die Batches. Schmeiß ich mal random hier mit rein. Auch egal. Okay. Puh. Dann raus mit uns. Ja. Ja. Katzen. Sieht schon mal gut aus. Ah. Da sind sie ja. Ähm. Guten Tag, Handwerker. Hast du das gewünschte Geld? Ja. Jemand wird es gleich bringen. Gut, gut. Da ist er. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Die reißen den jetzt den Arsch auf. Guten Tag, meine Herren. Hallo. Was machen wir jetzt? Äh. Ein Neuling als Opfer wählen. Lauf. Wow. Und er rennt hinterher. Immerhin. Es gab sowas wie eine kurze Katze. Und meine Haut ist immer noch sehr grau. Äh. Wir sind abgeschlossen. Zum. Bis zum Wochenende warten. Okay. Und er läuft jetzt den hinterher. Und verwammst die jetzt. Oder wie. Oder was. Oh. Was ist das denn? Einsammeln. Handwerkskiste. Okay. Cool. Danke. What? Okay. Ähm. Das war's soweit. Sehr schön. Ähm. Die Frage ist, wie ich jetzt weitermache. Eisenbahn. Eisenbahn. Ich muss auf jeden Fall. Ähm. Ein paar Ledigungen machen. Allerdings wird eventuell nicht alles gehen. Weil heute ja Sonntag ist. Oh Gott. Polly, Dolly und Molly. Hi. Ja. Aber alle nicht beim Kampfkunstturnier. Aber vielleicht interessieren sich kleine Mädchen auch nicht so vor Kampfkunst. Das kann natürlich sein. Äh. Nicht du, Polly. Ich möchte. Ich möchte mit Dolly raiden. Hi, Dolly. Und dann noch mit Alice. Und dann auch noch mit Quiva. So. Alle voll gequatscht und Freundschaftspunkte gesammelt. Das ist wichtig. So. Okay. Pööö. Wir haben die hier offen heute. Ich kann rein. Das ist schon mal gut. Hm. Hm. Hallo, Albert. Jummi. Als Handwerker können wir in vielen Dingen zusammenarbeiten. Melde dich. Cool. Mhm. Hallo. Ich würde gerne diesen Katalog einsehen. Hallo. Katalog. Ja, bitte. Hallo. Ich sehe schwarz. Okay, ich sehe was. Okay, Montagestation. Kann ich die upgraden? Äh, ein bisschen in die Ecke setzen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ähm. Stall. Würde sogar gehen. Könnte ich alles besorgen. Das wäre natürlich interessant. Abbrechen aber erst mal. Vielleicht fangen wir erst mal klein mit dem Hühnerstall an. Dann hätte ich sogar genug Geld. Erbräuchte Eisenbahren. Hm. Das kann ich schon verbessern. Ich bin mir gerade unsicher. Was müsste ich denn am besten mal verbessern? Vielleicht den Arbeitstisch sollte ich vielleicht mal verbessern. Arbeitstisch. Verbesser. Was brauche ich denn dafür? Holzbrett. Alte Teile. Wollte sogar gehen. Ich glaube, das wäre relativ sinnvoll, das mal zu machen, oder? Könnte ich zum Beispiel ein Pornzeschwert machen. Ich glaube, das hätte ich auch so mit unseren Sätzen mal vor. Kann das sein? Ähm. Ich nehme was zum Schreiben. 20 mal Holzbrett. Und 5 mal alte Teile. Das sieht doch schon mal gut aus hier, oder? Schauen wir mal. Was gibt es noch mehr Neues? Ja. Auf jeden Fall einiges an Auswahl. Okay. Und was ist, wenn ich die Montagestation verbessere? Mittelgroße Bauten können montiert werden. Na gut. Gut. Dann verbessern wir erst mal den Arbeitstisch. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, ich möchte bitte aufhören. Gut. Dann hole ich das Zeug. Geld habe ich ja. Und dann machen wir das mal. Das wäre aber eine Option, ne? Das hätte ich gleich schon in der letzten Folge machen sollen. Oder schon vor 10 Folgen. Man weiß es nicht. Ja, hätte ich vermutlich. Oh Mann. Nochmal ganz kurz in der Gilde vorbeigucken. Und am besten auch nochmal im Rathaus. Ne, im Rathaus glaube ich nicht. Aber in der Gilde. Wenn sie überhaupt schon offen haben. Das weiß ich gerade gar nicht. Sie sehen noch zu. Ich glaube, die machen erst am 9 auf. Wenn überhaupt sie am Sonntag offen haben. Na, okay. Ich komme rein. Mal gucken, ob ich Antoine treffe. Ja, das sieht schon mal gut aus. Hier ist jetzt leer, weil Wochenende ist, nehme ich mal an. Ja. Alles klar. Was ist Untersuchung? Inspektionstutorial. Im Zeitlimit können mehrere Gegenstände inspiziert werden. Die Punktzahl rischelt sich danach, wie viele Makel du im Zeitlimit findest. Markiere die Stellen, an der du ein Makel feststellst. Bitte überprüfe nach der Inspektion am nächsten Tag deine Post. Dreh den Gegenstand, um den Makel zu finden. Äh, was, was, äh, ja. Äh, ja, hier. Äh, naja, und auch noch hier. Okay. Ich habe jetzt quasi meinen Ruf dadurch erhöht. Ähm, da. Ähm, ja, da. Boah, ich bin zu gut in dem Spiel. Ähm, ja, das ist halt hier, ne. Da sieht so dreckig aus, ne. Und, äh, was, äh. Äh, was? Ich sehe keine Makel. Er ist makellos, dieser Mülleimer. Was? Ich sehe nichts. Ein Stoff? Mülleimer? Ich bin einfach zu perfekt. Ich bin einfach der perfekte Mülleimer. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hä, bin ich doof? Ist irgendwas an den Füßen? Ah, yeah. Der Fuß ist zu groß. Und hier nochmal. Oh, oh, oh. Da, ja, das guckst du hier so raus. Das darfst du nicht rausgucken. Nein, 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 nein. Ähm. Ja, 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 ja. Ja. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht eins von mir. Dinge. Na ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu groß. Yeah. Ich habe von meinem Ruf erhöht. Die Ruf erhöht. Okay, Antoine. Was geht ab? Unterhalten. Du wolltest irgendwas? Äh, bei meinen BFFs. Äh, meine beiden BFFs haben gesagt, dass ihnen vor kurzem Dinge gestohlen wurden. Aber wolltest du nicht irgendwie mit mir wegen irgendetwas reden? Äh, keine Ahnung. Gut, dann gehen wir wieder. Sorry. Okay, ähm. Dann hol mir das Zeug jetzt, ne? Dann verbessere ich da mal meine Werkbank und dann schauen wir mal. Dann mache ich dem voll das krasse High-End-Bronzeschwert oder sowas in der Art. Wir gucken mal. Da, da, da. Da, da, da. Oh mein Gott, mir ist so warm. Oh Gott. Es ist so schlimm, wenn man meine Let's Plays im Sommer guckt und ich mich einfach die Hälfte der Zeit über die Hitze aufrege. Das Schlimme ist, wenn ich so im Bett liege oder draußen unterwegs bin, dann geht's immer irgendwie. Aber wenn ich hier am PC sitze, dann trieft das immer so. Huiuiuiuiui. Ich bin furchtbar. So, okay. Dann nehmen wir mal das ganze Zeug jetzt hier mit. Was brauche ich denn jetzt hier alles nochmal? 20 mal irgendwelche Holzbretter. Guck mal, finden wir schon. Da, 28. Ach, die Teile. So, los geht's. I'm on the run. Jetzt, jetzt wird hier Geschichte geschrieben. Ich verbessere meine Werkbank mal endlich. Wup, wup. Yes. Und dann würde ich gerne auch mal in diese etwas schwierigere Höhle gehen. Mal gucken, was es da so gibt. Und eventuell sollte ich mir vielleicht auch mal Kleidung suchen, die irgendwelche Rüstung bringen. Das könnte vielleicht auch von Vorteil sein. Oh man, ich hab eigentlich so sauviel zu tun. Und stattdessen bleibe ich wie im Flatsch auf dem Boden liegen und mache gar nichts. Toll. Ach, naja. Das Let's Play wird wohl noch viele Folgen haben. So, okay. Dann schauen wir mal. Letzte Amtshandlung für die Folge. Wir verbessern mein Werkbank-Ding. Denke ich. Vermute ich. Hoffentlich. Hallo? Bitte. Bitte noch. Hallo? Bitte. Ja. Jetzt. Jetzt. Yes. So. Ähm. Njam, 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 njam. Arbeitstisch. Äh. Ich möchte ihn verbessern. Bitte verbessern. Ja, danke. So. Bestätigen. Und jetzt ist der ultimativ verbessert. Äh. Ja. Ich möchte ihn jetzt aber auch gerne da stehen lassen, wo er eigentlich vorher war. Ich hab, glaube ich, einmal zu viel A gedrückt. Ah. Bleibt da einfach. Okay. Gut. So. Wir haben es geschafft. Bestätigen. Alles fertig. Hui. War das anstrengend. Okay. Ähm. Schaust mal gleich. Ob ich da irgendwie gleich irgendwie gleich gleich irgendwie ähm eine bessere Waffe machen kann. Aber mit gleich irgendwie meine ich natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, yo Mädels, play it in my time at Posham. Vielen Dank für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.